So, hallo und herzlich willkommen, back in action! Oh, es ist aber. Hallo Leute, wie geht's? Ja, sorry, mit dabei ist der Enning. Hi, Enning. Ich habe übrigens ein Spiel jetzt angefangen, das muss ich jetzt noch so kurz erwähnen. Erinnerst du dich noch an deinen alten Tag? Der steht dort noch drinnen. Mein alter Tag? Ja, also dein alter Name. Nickname. Ehrlich gesagt, nein. Fire Ending. Fire! Ja. Wieso, was spielst du da? Das sage ich dir nachher, aber das ist ein Let's Play, das erst 2020 kommt. Da kommt es jetzt auf. Das ist ein Mexikaner. Na gut, dann sage ich es. Das ist auch ein Tom Clancy-Spiel. Ghost Recune Future Soldier. Das haben wir fast nie gespielt, gell? Nein. Aber ich habe irgendeinen Shooter gesucht und habe einfach gedacht, warum nicht, warum nicht Story mal probieren da? Das hat mir nicht getaugt, der Multiplayer. Warum weiß ich nicht, aber... Da war das diese Zukunft, was zum Waffendings angegangen ist, wo du eine eigene Waffe selbst zusammenbauen konntest. Ja, genau. Das war das erste Mal in einem Spiel. Da finde ich schade, also von der Story auch her, dass es keinen zweiten Teil gibt. Ich mag nicht, ich habe das nie gespielt, glaube ich. Da hast du so Tarnanzüge und so. Da kannst du unsichtbar durchschleichen. Kannst du durch Stealth-Kills machen? Oh, die überrennen uns. Da habe ich die Mikro zurück. Okay, da sehe ich nichts. Oh, oben links am Krankenwagen. Ah, den siehst du nicht, okay? Ober mir. Äh, jetzt links von dir. Er kommt. Sehr schön. Am lindern ist... Elite. Links von dir. Ich schicke mir meinen Freund. Zwar sind es noch der Elite und dann 18er. 18er sind jetzt tot. Oh! Keiner von euch jetzt kommt! Das wollte ich jetzt nicht. Haben ein paar Hits gegeben. Was für Hip-Hop, Rock, Hip-Hop. Aber der hittet mich auch ganz schön. Der Hitman. Der hat nicht einmal irgendwas da lassen. Ja, dann gehen wir gleich zum Safe-House. Bevor wir warten. Ich hole... Ich hole mir... Ich... Ich... Ich hole mal das grüne da hinten noch. Ach da liegt doch noch was ja. Okay, passt. Ach so, du willst... Entweder wir machen den grünen oder Safe-House. machen wir safe aus und dann das grüne wenn wir schon da sind ich muss sagen es gibt drei große shooter ist mir heute so eingefallen also drei so ich sage mal serien so bewusst serien sind ja nicht wirklich serien aber trotzdem das eine ist im call of duty battlefield und dann die tom clancy shooter sage ich mal und weißt du was das geilste ist erste mission von future soldier ist in bolivia sie betreten einen sicheren bereich aber bist du bist du eingegangen ich würde sagen holen wir uns aber zuerst dennoch von dem einen gebiet ja den anderen plan glaube ich nehme jetzt mit was gleich am weg da war gleich daneben aber ich suche eine blaue der blaue das liegt das sind ja viele in der umgebung da weißt du was wir machen das anders wir machen den orangenen warum nicht den blauen da rennen wir durch wenn wir zum grünen gehen die straße wir machen den orangenen den nebeneinsatz den blauen und dann in der nächsten folge machen wir die anderen das verstehe ich jetzt nicht den den blauen und naja wir machen es erst einmal das gebiet rund um das safe aus wenn wir schon beim safe aus sind hätte ich mir gedacht okay so habe ich das gemeint das heißt den nebeneinsatz dann den orangenen dann den anderen nebeneinsatz und dann den blauen den orangenen also den nebeneinsatz den orangenen den nebeneinsatz und den blauen den genau und den blauen machen wenn sie es noch aus geht die folge oder dann nächste dann nehmen wir den grünen langen anderen gebiet mit wenn es okay okay da habe ich nichts machen kann jetzt mit ein sephos oder kriegt man immer was normalerweise ja erst mal eine mission und glaube ich habe geschossen ist nicht einfach so wie ich höre hast du erger am hals nah war nur so eine mine woher bist du da jetzt ich sehe da keinen von dir also zu dem du hast gesagt rundherum das ok da bin ich falsch jetzt gegangen wo bin ich denn da jetzt da muss dabei auch noch ohne mich auskommen aber wieso habe ich den jetzt nicht ausgewählt jetzt bin ich hängen geblieben auch noch bin schon da bin da jetzt hier ist los hogger los es ist doch recht von uns aussieht ja das muss aber kontrolliert sein dafür hoffentlich kräft sie uns nicht ein ich bin extremst angehittet gut platziert was mein geschütz aussieht unten kann man noch mal hier das gute ist von da unten können sie nichts machen mit der ware oder sind aber viele noch wieder drüben ich habe es überlebt ich habe es überlebt Sehr schön. Wir haben eine Menge Leute sehr glücklich gemacht Agent, gute Arbeit. Gut, aber ich glaube ich muss trotzdem noch mal in Safe House, so laden wir es tut. Denn ich habe zu viele Gegenstände im Rucksack. Bist du schon ganz voll oder geht sich noch der kleine Kampf aus unten? Dann machen wir den unteren Kampf noch, das geht sich noch aus. Ich muss mal die Folge abschließen. Wenn das okay ist. Ja, Vorsicht, da ist eine Patrouille. Oh. Oh shit. Oh. Oh. Ich habe jetzt ein kleines Problem, ich bin ein bisschen abgeschnitten jetzt. Komm. Bist du reinklaufen? Bei der Patrouille. Ja. Dann komme ich da vielleicht. Da komme ich vorbei vielleicht. JTF Verstärkung angefordert. Ja, alle Wege führen nach Rom. Schau mal, da bin ich. Oh, das sind viele. Oh shit, da kommt einer genau auf uns zu. Und ich habe mich selbst in die Luft drauf gespringt jetzt. Oh shit. Oh, hinter uns auch. Ja. Ja. Oh. Nein. Lebst du noch? Nein. Oh shit. Oh. Von hinten haben sie uns jetzt auch. Wir haben sehen was. Na gut, beenden wir die Folge hier. Bis dann noch dran. Ciao. Ciao. Ciao.